Anthony Fidrigotti, Motivationstrainer des Jahres 2003, ist in Südtirol geboren und hat schon sehr früh sein Elternhaus verlassen, weil er die Warum-Frage klären wollte. Warum setzen wir unsere Stärken nicht gezielt ein? Warum haben Menschen leicht Erfolg, andere nicht? Warum wird zu viel Energie mit nutzlosen Dingen vergeudet? Diese Fragen motivierten ihn, verschiedene Erfolgstrategien zu studieren und letztlich kam der Punkt immer wieder auf das Thema Persönlichkeit zurück. Jeder Mensch ist sein eigenes Unternehmen, ein Unternehmen Persönlichkeit mit enormen Fähigkeiten und unendlichen Möglichkeiten. Da Erfolg im Kopf beginnt, ist der wichtigste Ansatzpunkt, um mehr zu erreichen, Fremdmotivation in Eigenmotivation umzuwandeln. Anthony Fidrigotti begeistert in Trainingsevents und bei Kick-Off-Veranstaltungen Kunden, Führungskräfte, Mitarbeiter und Verkäufer. Er setzt Impulse, damit Erfolge natürlich werden. Zu Fachwissen, zu Fleiß und Motivation braucht es zusätzlich eine optimistische Einstellung, um täglich mehr zu erreichen. Meine Damen und Herren, dieser Ansatzpunkt, das ist Ihr Wille, Ihre freie Entscheidung. Sie entscheiden jeden Tag neu. Praxisnahe Optimismus hilft, Kunden zu gewinnen und Mitarbeiter zu begeistern. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch nicht da. Jetzt wird entschieden. Und wir können uns jeden Augenblick entscheiden, alte Gewohnheiten abzulegen und einen neuen Weg einzuschlagen. Und wenn Sie jetzt umklicken, dann bitte auf folgendes tun, abreißen. Jojo, altes Loslassen. Die von Anthony Fidrigotti entwickelte PGH-Methode ist dabei ein wichtiges Element, um dauerhaft und nachhaltig Ziele zu erreichen. Als Taekwondo-Meister im 6. Dahn kannte er sehr früh die Macht der Konzentration und der Disziplin, um mehr Erfolge zu generieren. Anthony Fidrigotti hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und begeistert seit Jahren tausende von Teilnehmern in Intensiv-Trainings und großen Veranstaltungen. Anthony Fidrigotti lebt in Augsburg. Informieren Sie sich unter www.fidrigotti.de.